Hier bin ich jetzt in dem Rundengebäude, das sich auf dem Gelände befindet. Das Museum der schönen Künste, also so in einem Vorhof, bin ich hier. Offenbar schließt sich der Palast von Nazarias hier an, an dieses Gebäude und der Zugang ist offenbar von der Talseite her an der Seite dieses Museums entlang. Und hier gibt es dann auch noch übrigens den Buchladen der Alhambra, den offiziellen. Nicht das Geschäft, wo ich meine Bücher gekauft habe, sondern hier in das Museumsgebäude integriert. Scheinen ähnliche Bücher, wenn nicht sogar dieselben oder die gleichen Bücher hier anzubieten. Und da ist nochmal wieder die Schlange zum Palast von Nazarias. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.